Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, was du eigentlich machen kannst, wenn bei deinem Soda-Stream hier dieser Verschluss entweder klemmt oder gar nicht mehr aufgehen will. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe gerade eben hier drin Wasser gesprudelt, doch wenn ich diesen Verschluss hier wieder leichtgängiger bekommen möchte, muss ich ihn natürlich erst einmal richtig aufbekommen. Hier kann jetzt schon der erste Fehler passiert sein, dass du einfach viel zu oft hier oben auf diesen Knopf draufgedrückt hast und somit viel zu viel Kohlensäure da drinnen ist. Aus diesem Grund am besten einfach mal 5 Minuten abwarten, dass hier ein schöner Druckausgleich wieder entstehen kann. Die 5 Minuten sind um und jetzt nicht wie ein Verrückter hier unten die ganze Zeit hin und her ziehen, sondern einfach mal mit der einen Hand hier oben diesen Gerätekopf nehmen, schön nach unten drücken und dann sollte nämlich dieser Verschluss auch schon relativ gut nach drüben aufgehen. Etwas schwergängig, aber unser Verschluss geht richtig auf und somit haben wir nämlich den Crystal auch schon wieder geöffnet. Schauen wir uns das Schließsystem mal kurz etwas genauer an. Wir haben hier oben solche Haken bzw. kleine Nasen, welche natürlich sich auch mitdrehen, wenn wir hier oben den Verschluss drehen. Und hier unten haben wir dasselbe Spiel als Gegenstück, also auch wieder diese kleinen Haken. Wenn wir uns das jetzt mal etwas vorstellen können, die Haken von oben gehen erst hier durch, dann durch das Drehen von unserem Verschluss gehen sie rüber und somit wird das Ganze schön abgeschlossen und der Solar Stream geht nicht mehr auf. Wenn zwischen diesen zwei Haken jetzt aber irgendwie Schmutz wie z.B. Kalk dazwischen ist oder die Reibung einfach sehr hoch ist, dann wirst du Schwierigkeiten haben, diese Haken wieder so voneinander zu lösen. Und aus diesem Grund müssen wir schauen, dass der Widerstand bzw. die Reibung hier einfach so gering wie möglich ist. Aus diesem Grund einfach mal mit einem Lappen hier drinnen also alles sauber machen, schauen, dass sich hier kein Schmutz mehr befindet, eventuell sogar mit einem entsprechenden Entkalker das machen. Und oben dasselbe Spiel natürlich auch. Wenn das Schließsystem sauber ist, am besten noch mit einem speziellen Armaturenfett oder im Notfall auch mit Öl oder Vaseline hier innen drin die Reibung etwas verringern. Ich gebe also mal etwas auf meinen Finger und dann hier bei diesen Haken überall schön einschmieren. Oben bei den Haken natürlich wieder genau dasselbe Spiel und dann probieren wir es einfach einmal aus. Ich bringe meinen Behälter hier unten also wieder in die richtige Position, gehe mit der anderen Hand von oben Druck drauf, den Druck immer noch beibehalten, auch wenn ich den Verschluss hier schließe. Das ist ganz wichtig. Und dann schaue ich mal, dass ich den Verschluss hier unten einfach ein paar Mal hin und her bewege, dass sich das Schmiermittel, also bei mir mein Armaturenfett, jetzt schön verteilt. Und in der Kamera kann man es bestimmt schlecht sehen, doch ich merke auf jeden Fall, dass der Verschluss hier schon um einiges leichtgängiger geht, weswegen wir unser Problem auch schon gelöst haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt so ein Armaturenfett oder gleich einen neuen Super-Stream mit dem entsprechenden Zubehör zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank.